Drück ich B. Drück ich A. Drück ich B. Ja, ich kann nur A und B, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich kann doch nur A und B. Mann. Mann, Junge. Hallo, Dudes und Dudettes. Ich hab grad voll von meinem Mikro gab und ist scheißegal. Wir zocken jetzt Halo Master Chief Collection, dieses Mal Team BRs auf der Halo 3 Map Isolation. Oh, das ging aber schnell los. Ey, ich will Vollbild haben. Okay, so, Vollbild. War da oben schon einer. Ey, ich hab grad nur, da hab ich da einen gesehen. Ich werf mal ne Granate. Einfach mal so abchecken. Was ist denn hier los? Warum rastet das grad so ein bisschen? Komm raus da. So, den ersten hab ich mir geholt. Man merkt richtig, dass das Halo 3 ist. Äh, das ist einfach nur HD hochskaliert. Ey, jetzt ruckelt irgendwie mein OBS ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum. Wat will dat Ding von mir? Ach, nee. Ja, ich bin auch noch selber mit runtergeflogen. Hä, wieso fängt das an zu ruckeln? Das darf nicht ruckeln. Das stimmt doch was nicht. Naja, egal. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ist das jetzt dein Ernst gewesen gerade? Oh, Bitch. Bitch, please. Oh, da hat er mir aber was Schönes vermacht. Ja, ist mir egal. Du bist mitgestorben. Ich hab... Unseren Kumpel hab ich auch mitgenommen. Ist mir egal. Ich hab nur Selbstmord begangen. Also Wayne Train, ey. Hat der... Oh, der hat den... Der hat den Rocket Launcher übersehen. Der spaßt. Und da liegt noch... Da liegt ein Sniper. Da liegt eine motherfucking Sniper. Eine motherfucking Sniper. Motherfucking Sniper. Motherf... 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 Was machst du denn da für ein Bullshit? Da oben war einer. Ich guck jetzt, ob ich noch an die Sniper rankomme. Bleib jetzt alle mal weg. Bitte. Liegt die... Nee. Nein, doch, doch. Nein! Nein! Vor meinen Augen ist sie despawned. Nö. Einen hab ich ihn schon mal reingekriegt. So, da hab ich ihn bekommen. Ah, fuck. Nein, 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 nein. Das waren zu viele. Ich hätte den vorderen nehmen sollen. Verdammt. Das war jetzt echt Hacke von mir. Scheiße, ich hab vergessen. So, da hab ich ihn wiederbekommen. Hinter mir ist einer. Nein, ich wollte gerade springen und dann... Ah, fuck. Ich wollte dieses rückwärts springen und den dann in den Rücken. Hauen. Gedöns machen. Oder halt versuchen, das zu kapern. Was auch immer. Aber ich mag kapern eh nicht so gerne. Och, man. Die waren gerade die ganze Zeit so schlecht. Und jetzt schaffen die es sogar mal, mich zu töten. Ah. 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 Hinter mir ist noch einer. Aber ich hab einen mitgenommen wieder. Mann. Wie cool die Map einfach mal wieder ist. Ach. Ja, du stehst doch eh direkt vor mir. Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt? Da hab ich dich. Minion. Ah. Nee. Rocket Launcher. So. Wer wagt jetzt, mir zu nahe zu kommen? Ich weiß nicht, wo die sind. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Bleh. Oh. Da wird man hier aus dem... Darm gespült. Hä? Sind die jetzt hier unten? Wo sind die? Ich hab Angst. Ich will nicht... Ja. Du bist tot. Spass. Ich lade schon mal nach. Über uns ist einer. Egal. Nein. Na gut. Der hat ihn mitgenommen. Der hat ihn mitgenommen. Mein Teammate. In Teammate. Oh nee. Was labere ich nur für den Bullshit gerade? Was machst du denn? Habe ich... Der hat ihn mir wirklich... Du hast mich KS, du Arsch. Was soll das? Was soll das? Was mache ich damit ja auch nicht? Jetzt habe ich so ein Regenerationsteil. Worauf werde ich das nochmal? Werbe ich das auf X? Ich denke schon, oder? Ach so. Bin ich schon... Nee, bin ich nicht. Oh. Du. Kommt er jetzt hier gerade wieder raus? Da habe ich ihn. Oh, wie ich voll ausraste mit dem Controller gerade. Einfach so nach oben zielen. Irgendwie. Meine Fresse. Ha. Da habe ich ihn mitgenommen. Oh, wie schön. Da habe ich aber richtig direkt auf den Kopf gezielt. Wo ist er? Wo ist der Bengel? Sitzt er jetzt hier drunter? Den habe ich mir den Fisch schon mal. Oh. Was bringt dir denn das jetzt bitte? Was war das gerade für ein Bullshit-Move? Ich habe ihn angestickt. Ja, geil. Massaker. Oh, das war aber ein richtig schönes Unsticky, ey. Nee. Ja, in der Granate noch gestorben. Aus dem Grab. Bitch. Leg dich nicht mit dem Spartan 117 an. Mann, ich labere gerade irgendeine Scheiße. Was ich für ein Shit labere. Unglaublich, ey. Ach komm, stirb einfach. Danke. Da ist auch einer drin. Nee, der ist da unten in dem Poloch drin. Da ist er. Äh. Das waren ein paar viele jetzt. Jetzt kommen sie mich hier... Jetzt wollen sie mich gangbangern. Oder so ein Bullshit. Ich weiß gar nicht, wo hier die Sniper ist. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist ja auch gefühlte 100 Jahre her. Och. Echt jetzt? Wieder einfach mit der Granate läuft. Äh, mit dem, mit dem, äh, mit der Granate, mit dem Sturmgewehr. Einfach nur draufholzen und mitlaufen. Hä? Hä? Was war das denn? Ich hab ihn noch viel öfter getroffen. Was soll das? Was ist das wieder für ein Shit de Bull? Shit de McElrette Bull? Nee, ist mir egal. Ich, ich hol mir jetzt noch einen. Wo seid ihr, ihr Nimmels? Wer da schon wieder die Sniper? Der da? Liegt die etwa da? Ey, hier ist es jetzt so ruhig. Ach, die sind unter mir unterwegs, ne? Blub. Und runter. Och. Weißt du, da chillt der da und wartet mit seinem scheiß Rotet Launcher. Geh mir weg mit dem scheiß Blendteil. Ist ja echt immer noch da unten drin. So, das hast du davon. Spastenkind, ey. Oh, ne Sniper hätte ich aber auch gern. So kommt einer das Pö-Löchlein runter. Darüber würde ich mich ja jetzt sehr freuen. Ne, ich glaub nicht. Da haben sie jetzt gerade keinen Bock drauf. Ah, jetzt vielleicht. Von der anderen Seite noch einer. Komm her. Tja. Tja. Ich hab nur noch drei Schuss. Fuck. Ich muss mir ein neues BR suchen. Fuck. 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 Da hab ich jetzt gerade echt nicht aufgepasst. Äh, das muss ich mir zurückholen. Das war jetzt nicht so schlau. Kommt her, Bitches. Kommt her, Bitches. Hallo? Werfen die da nur runter? Wie so Pussys? Nö, tatsächlich. Die werfen da einfach nur Shit runter. Komm, gehen wir mal hier den Aufzug hoch. Aufzug, wenn man das Aufzug nennen kann. Ich nenn's aber irgendwie immer Aufzug. Kommt da jetzt einer runter oder wat? Das war das Ende. Fikieren sie sich. Ja, gut. Gut. Schnelle Runde. Zehn Minuten hat sie gedauert. Ich hoffe dann, es hat euch gefallen. Das war ein bisschen eine Abspack-Runde. Ich bin aber auch so unter Zeitdruck, dass ich jetzt so... Ich wollte ja so schnell eine Runde schaffen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne in den Kommentaren. Lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr ganz besonders awesome seid, ihr Sahneschnittchen, dann könnt ihr ein Abo hinterlassen. Ja, gut. 21 Punkte, 21 Abschüsse, 12 Tode. Na, ein bisschen unter 0,5. Äh. Quatsch, was laber ich? Das ist fast eine 2er-AKD. Was laber ich überhaupt? Na gut, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. so